Hallihallo und herzlich willkommen hier zurück bei mir auf meinem Kanal. Ich bin der Trollenkönig und habe etwas zu verkünden. Weil schliesslich sind wir nicht umsonst hier im Paint. Ihr wisst ihr was Paint bedeutet. Paint bedeutet immer ein Update Video. Keine Ahnung was es hätte sollen sein, hauptsächlich es ist. Und zwar geht es nicht direkt um meinen Kanal heute, sondern sagen wir es ist ein Vogel. Ich habe jetzt einfach keine Ahnung was ich gemacht habe. So, es geht eher um etwas wo meinen Kanal zwar damit zusammenhängt, aber irgendwie doch auch nicht. Mehr oder weniger. Und zwar geht es um Twitch. Und zwar habe ich auf Twitch schon seit längerem mit einem Kanal. Den Kanal habe ich bis jetzt noch mal genutzt gehabt um anderen Leute zu folgen. Wie es wahrscheinlich die meisten machen. Und jetzt hat es aber eine Änderung gegeben im Sinne von. Ich kann jetzt auch streamen. Ich habe alles installiert was es dazu braucht. Und ja. Das ist eigentlich schon alles. Bis auf die eine kleine Sache. Und zwar möchte ich gerne einen Stream ankünden. Ich bin jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video da mache, bin noch nicht sicher, wenn ich den Stream gerne machen werde. Weil es ist ja so. Das ist ganz einfach eigentlich. Ich habe am Dienstag eigentlich Geburtstag. Und. Aus dem Grund habe ich mir gedacht. Wenn schon die Streaming Plattform vorbereitet ist. Wieso denn nicht das ganze nutzen. Und sozusagen einen Geburtstag Stream machen. Jetzt aber. Freut euch nicht zu früh. Weil. Ich werde den Stream nicht am Dienstag machen. Weil am Dienstag bin ich äh. Andersweitig beschäftigt. Mit äh. Geburtstag haben. Und so. Vielleicht werde ich gleich so einen kleinen Geheim-Stream machen. Ich weiss es noch nicht. Ich muss es schauen. Ich muss zuerst schauen was wie und wo und wann und so. Und ähm. Ähm. Aber. Ganz bestimmt wird es wahrscheinlich einen Stream geben. Jetzt muss ich gleich schauen. Also wir sind heute da. Ich würde sagen am äh. Nächsten. Freitag. Genau. Am 14. Freitag. Der 14. August. Äh. Wird ich einen Stream machen. Ähm. Ich werde nicht sehr lange streamen. Ich weiss noch nicht was ich streamen. Was für Games. Wahrscheinlich so Sachen wie äh. Inrichtung Ballergames. Einfach das ihr euch schon mal drauf kommt vorbereiten. Ähm. Also keine City Skylines. Keine Banished. Die gerade momentan am laufen sind. Keine Äh. Far Cry. Wäre vielleicht noch eine Idee. Äh. Aber ich habe eher so an Counter-Strike oder Battlefield gedacht. Weil ich. Das sind eigentlich die Games. Die ich privat. Also jetzt. Neh. Neh. Vielleicht nicht gerade. Counter-Strike zählt. Vielleicht nicht gerade in diese Kategorie. Aber so. Battlefield vor allem. Spiele ich halt privat gerne. Und. Da habt ihr auch mal etwas davon. Seht ihr mal auch etwas anderes. Ehm. 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 Dann machen wir hier einen riesen Burger daraus. Genau, und dann fehlt natürlich noch das Wichtigste. Und das Wichtigste, wer meine Infovideos kennt, kennt natürlich auch das Wichtigste. Das Wichtigste ist natürlich ein Blümli. Sonst gibt es ein Blumenvideo auf meinem Kanal. Das habe ich schon gemacht und mache jetzt mal ein rotes. So, das war mein Update Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich hoffe wir sehen uns im... Oh, jetzt habe ich es füllen sollen. Das geht schlecht. Dann füllen wir es noch mehr teilweise und nennen es dann Kunst. So. Und ähm... Ja, hoffen wir sehen uns im Stream. Das würde mich echt freuen. Habe ich glaube schon mal gesagt. Aber ich sage es gerne wieder. Und... Währenddem ich da... Einfach noch schnell etwas hinzuschreiben, kritzeln. Sag ich schon mal... Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin... Ich bin dämlich. Ich bin so dämlich. Ich bin so dämlich. Oh man. Ah nein, abbrechen. So. Ähm... Vor lauter Schwafeln habe ich natürlich Rechtsschreibefehler denen nach und näher. Schon peinlich eigentlich. Eigentlich müsste das ein Failvideo werden. Aber äh... Nein. So. Und heute haben wir den... Achti... Achti... Fünfzehn. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bestimmt mal wieder. Irgendwo. Irgendwenn. Irgendwie. Bei einem Video von mir. Oder von euch. Oder wie auch immer. Bis dann wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Und tschau zusammen.